Was ein Dienstmann alles machen muss, ist schwer. Trotzdem sagt er immer freundlich, bitte sehr. Mit nem Koffer aufm Rücken, einmal runter, einmal rauf. So ein Koffer, der kann drücken, speziell beim Dauerlauf. Ja, sein Dienstmann muss oft sein, ein Diplomat. Denn so mancher Auftrag ist ja Delegat. Was es da so alles gibt, ist oft kein Spaß. Doch das Allerschwerste... Bitte, das war das. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, Nehmen Sie hier diese Darie. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, Gehen Sie damit zu der Darie. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, Aber wird man sie dort raus, Trau' sie hundertmal die Darie, Zur Amalie ins Haus. Bis man ihnen dann ein Trinken gibt, Und da war ich ehrlich lieb. Was man sonst von einem Dienstmann noch verlangt, Und wofür er sich dann höflich noch bedankt, Springen Sie füberig ins Wasser, Ziehen Sie meinen Hut heraus. Und dann trank sie als ein Nasser ein Klavier noch in mein Haus. Sagen Sie meiner Frau, ich komm erst morgen früh, Ach, geht Sie heut für mich zur neunten Symphonie. Sie, Herr Liebstmann, ich bin heut schon etwas müde, Singen Sie einmal für mich das Lied. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, Nehmen Sie hier diese Darie. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, Gehen Sie damit zu der Darie. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, Hauber wirkt man sie durch Rang, Trau sie hundertmal die Darie, Zur Amalie ins Haus. Bis man ihnen dann ein Trinken gibt, Und amal die Dier, Dier, Dier.